So Leute, herzlich willkommen! Ich und Kenny sind gerade auf dem Weg, ein Boot zu schnappen und quatscht ein bisschen so, was geht ab Leute? Ist das ein Hund? Nein, das ist ein Mensch! Ja genau, Leute, ihm die Glocken. Hauptsache die Leute sind weg hier, dann haben wir freie Bahn, vielleicht bis zum Hafen. Das wäre natürlich eine gute Sache, ne? Schon was müssen wir mehr, freie Bahn, für Marzipan und so, bis zum Hafen. Ja. Ja. geschmeidig nur weil du versagt das junge das sieht nicht mehr besonders fahrtüchtig aus was das kann es das es 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 könnte sein. Gib mir einen Rund. Ich bin ein Fischen-Kaptain, nicht ein Mirakl-Worker. Ich werde es schauen. Du schaust weiter nach dem Wasserfront. Vielleicht gibt es etwas an der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass wir zu weit entfernt werden sollten. Wir müssen nicht. Siehst du das Teleskop? Du kannst es all den Weg nach dem Wasserfront von hier. Schaut, was du findest. Okay. Na gut. Hast du mal eine Münze? Weil normalerweise hat man da immer eine Münze dafür gebraucht. So. Lass uns mal gucken, ob wir was finden. Hallo. War mir so klar. Hey, hast du mal einen Dollar? Na gut. Gut. Hat vielleicht jemand von denen 25 Cent? Ey, Jungs, hat mal einer von euch 25 Cent? Moment. Äh. Äh. Es gibt schon. Äh. Ach du Scheiße. Es gibt schon makabre Menschen. Was ich brauche, sind wir 25 Cent? Hallo? 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 Das würde mich auch mal interessieren. Habe ich auch keinen Plassen sonst hier. So. Hier drin gibt es zwar nichts. Ich habe auch noch Kenny Fragen, was zufällig 25 Cent hat. Verdammt, was ist das für ein Scheiß? Oh, eine Kasse. Eine Kasse. Ich kann mal ausrauben. Nicht mal 25 Cent. Nicht mal 25 Cent. Nicht mal 25 Cent. Ich glaub's nicht. Jetzt klingelt schon wieder jemand. Das kann ja alles nicht angehen. Ich habe das Gefühl, die warten extra. Bis ich aufnehme und dann klingeln die Vögel. Ja, das ist so die Frage, was sind das alles für Markierungen? Ich bin verwirrt und verstört. Und immer noch bin ich auf der Suche nach 25 Cent. Ja, eigentlich schon. Aber Kenny zu fragen nach 25 Cent wäre, glaub ich, viel zu einfach, oder? Oh, vielleicht da. Zeilungsstände. Toll. Toll. Ah. Aha. Seht ihr, Leute, rohe Gewalt hilft immer weiter. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir was finden. Quier. Was? Schatz. Was ist mit dem Umfass? Ja. Wenn es nicht endet, ist, dass einer erzählen verspricht wird. Du kannst sie nicht denn sehen. Ja. Was ist denn? Was ist das? Was ist das? Ja. Gut. Hier was. Hallo, hallo, hallo. Ja. Ja, das kann natürlich sein. Aber das interessiert mich weniger. Ich möchte ein Boot sehen. Sollen wir die andere Seite. Da ist er. Hä? Ich war gespannt. Wer ist das? Wer zum... Warum in der Hölle sind wir da? Niemand kam von diesem Gebäude am Ende der Straße. Woher ging er? Ich sah ihn nach dem Newsstand. Könnte sein unser Bell-Ringer. Wie geht es uns zu finden? Das ist gut. Okay. Du gehst in den Mitteln der Straße. Ich gehe nach der Seite und schaue deinen Flanke. Wir kommen auf ihn ruhig. Bevor Überraschung. Das ist gut. Oh man, jetzt schnappen wir uns mal den Kerl hier. Das war scheiße. Das war echt scheiße. Hä? Hä? What the... Please, don't hurt him. Alter, wo ist eigentlich Kenny? Oh man, wer ist das? Ah. Hä? Die Frage ist er, wer bist du? Genau, wir wollen keinen Ärger, wer auch immer du bist. Was ist Crawford? Ja. Oh, schüttel. Ehi, ja, will ich was wissen? Komm! Klopfen meine Kopf! Wenn alles in die Hände geht, ein paar Leute zusammengebracht haben und das ganze Wohnzimmer haben die Leute bereit zu tun, um zu bleiben und zu bleiben. Ich versuche sie zu vermeiden. Warum? Wir sagen, sie haben eine ZERO-Toleranz-Policy für jemanden, die nicht oder nicht leben können. Also, wie wir wissen, dass wir nicht die Leute sind? Okay... Weil es keine Kinder in Crawford gibt. Nicht mehr. Du weißt, wer die bellen die ganze Zeit hat? Ja, das wäre ich. Ich wusste... Ich wusste, sie war derjenige, der uns folgt! F***ing mit uns! Geh das Finger aus meiner Gesicht, Grandpa, bevor ich sie direkt auf deine Aas. Ich habe nicht folgt, ich weiß nicht, wer die Leute sind. Hör auf, Kenny, die Musik auf der Radio war ein Mann, weißt du? Ja, also, wer du bist, die bellen die bellen, die wir uns alle verholt haben. Wir haben die Möge mit uns gebeten. Das ist die Idee, Gehneiss. Das ist wie ich mich herum. Ich bellen eine bellen in einem Ort, um die lokale Geekern zu machen. Ich habe mir Zeit, um die Gebäude zu verhören, um die Gebäude zu verhören. Geekern? Ja, du weißt, wie beim Karnaval? Es ist wie ein Ding, die Menschen, die leben oder leben. Das war ziemlich smart, die bellen. Es dauert nicht viel, um die Todesmühe zu den Todesmühen. Ein Mann von dummen Mann. Du musst nur schnell gehen. Gehen in und raus, bevor sie wieder zurückkehren. Cleanem, was du hier machst? Wie hast du aus dem Haus? Mead angefangen zu werden. Krista und Ben mussten sie nach oben nehmen. Ich wollte nur nur aufsitzen. Ich habe gesagt, wir brauchen keine Hilfe. Wirklich? Weil, wenn es um sie zu zeigen war, würde ich deinen Gehirn ausbauen. Das ist debatable. Uh-huh. Hätte ich doch nur die Hand abgewehrt. War das, was ich heute Morgen war? Sie hat mich durch die Backfitze. Hell no. Believe es oder nicht, ich habe bessere Dinge mit meinem Zeitraum. Das ist doch so bescheuert. Leute, das war doch... Ja, warum keine Kinder, ne? Keine Kinder? Warum nicht? Keine Kinder? Keine Kinder? Keine jemanden mit einer Medizineren-Kondition? Keine jemanden, der ein Verbrechen auf die Gemeinde sein könnte. Crawford ist alles über die Überlebung des Fittesten. Das ist, wie sie überlebten. Und der Rest des Weltes ging um sie zu sch***en. Jesus Christ. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen Arbeiten. Helfen. Doch. Ich denke, es kann schlimmer sein. Aber... Ja. Das ist natürlich richtig scheiße. Aber ich meine, was soll man tun? Das Leben bei... Zombie Apokalypse ist kein Ponyhof. Sch. 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 Ich hoffe, dass unsere Leute hier rauskommen und einen Platz zu finden. Ja. Gut Glück mit dem. Niemand mit einem Boot hat es hier rausgebracht, sobald die Leute sich zu essen haben. Niemand, die hinterlassen wurden, Crawford hat ihn für Fahrzeuge. Autos auch. Es muss auch etwas sein. Wenn es es gab, glaubst du, ich würde hier noch sein? Ich bin über jeden Inch der Stadt. Das ganze Ort ist clean. Das ist natürlich nicht... Ach, das ist natürlich nicht... ein Crawford einzutreten. Das ist richtig geil. Was glaubst du, dass du das machst? Ich erzähle dir was, was ich nicht mache. Ich werde nicht essen. Und was über uns? Was über dich? Bitte, du kannst nicht nur uns verlassen. Da kommt der Hundepleck. Der Hundepleck. Da ist er! Da ist er der Hundepleck. Da ist er, der Hundepleck. Oh, scheiße. Komm, komm, hurry! Kann ich schießen? Ach, scheiße. Das ist gar nicht cool. Ah, ein Kanaldecker. Ach, du Scheiße. Ah, komm, 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 komm. Ach, scheiße. Unten am Fluss? Ja, das ist doch schon ein komischer Fluss. Der ist nämlich unterirdisch, dieser Fluss. Auf jeden Fall bin ich jetzt vorerst mal entkommen. Gut. Wie gesagt, vorerst mal entkommen. Clementine, kannst du mich hören? Wenn du mich hören kannst, geh einfach zurück ins Haus, okay? Ich will dich dort treffen. Ja. Könnte doch nur allein durch die Kacke latschen, ey. Ja, dann latschen wir durch die Kacke. Auf das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's guten Tau 3. Mal Naturally. Tschüss. Vielen Dank.